Ein neuer Hund musste einfach wieder her. Vom Tierschutz, na logisch, so wie immer. Kurz im Netz geschaut und da war er. Kalle Carlos, schockverliebt. Doch er wartete auf mich weit weg in Griechenland. Kurz Tierhilfe Corfu kontaktiert, alles organisiert, Sachen gepackt und los ging's. Hey Carlos, ich komm und hol dich ab. Und dann stand ich da vor einem großen grauen Tor. Welcome. Hi. Hello. Hi. Welcome. Da war er, Kalle Carlos. Und wir verstanden uns sofort. Aber da waren noch so viele andere Hunde, die alle noch auf ein neues Zuhause hoffen. Hey, hör mal zu, es gibt noch Tiere im Heim. Die haben Sehnsucht noch Liebe und sind schrecklich allein. Die würden alles dafür geben, kennen sie endlich raus. Die haben noch Freude am Leben, sind nicht gut wie deine Maus. Hey, hör mal zu, es gibt noch Tiere im Heim. Die würden alles dafür tun, die würden alles dafür tun, um endlich bei dir zu sein. Die brauchen ein Gedicht, dem ist ein Auslauf für dich, der nicht den ganzen Tag lang fast wie Mäuse quält. Hey, hör mal zu, es gibt noch Tiere im Heim. Die haben Sehnsucht noch Liebe und sind schrecklich allein. Die würden alles dafür geben, kennen sie endlich raus. Die haben noch Freude am Leben, sind nicht gut wie deine Maus. Hey, hör mal zu, es gibt noch Tiere im Heim. Die würden alles dafür tun, um endlich bei dir zu sein. Die brauchen ein Gedicht, dem ist ein Auslauf für dich, der nicht den ganzen Tag lang fast wie Mäuse quält. Hallo, ich bin Sean, ich bin von Liverpool in England. Hi, ich bin Jesse von Christian und herzlich willkommen bei der Tiefel-Kaufruhe. Ich arbeite hier bei der Tiefel-Kaufruhe für fünf Jahre. Hey, hör mal zu, es gibt noch Tiere im Heim. Die würden alles dafür tun, um endlich bei dir zu sein. Die brauchen ein Gedicht, dem ist ein Auslauf für dich. Wer hat den ganzen Tag lang fast wie Mäuse quält. Will il 11 Uhr abonniere. Den ganzen Tag lang fast wie Mäuse quält. Will das von halleim, ist ein Ver Vielen Dank.